So, Ober- oder Längstig, Minus 10 Rettetief bin ich los. Ich bin am Freiburgsee, genieße die Einsamkeit der Ober-Osterferwelle, da ja wie immer keiner da ist. Zirka Minus 11,5 Grad hat es und der Specht arbeitet auch schon. Ja, die Gaststätte am Freibergsee, die alte Version, früher hat mir besser gefallen. Muss ich jetzt ehrlich sagen, es war nostalgischer als die jetzige Hütte dort. Das ist gut. Vielen Dank.